Ja, eyyuhallabhina amanu, kutiba alaikumussiyamu, kutiba alaikumussiyamu, kama kutiba alaallabhina min qabrikum, laallakum tattaquun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister, heute unser drittes Video in Bezug auf die früheren und der Koran, wie ihr Zustand war. Und heute kommen wir zu Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu an. Imam al-Bukhari überliefert folgende Aussage über Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr war ein Mann, der sehr, sehr oft weinte. Er konnte seine Augen nicht in den Griff bekommen, wenn er den Koran gelesen hat. Damit meint man, dass wenn er angefangen hat zu lesen, die Tränen nur so flossen, radiyallahu an. Und das war bekannt. Aisha, seine Tochter sogar, hat das eines Tages gesagt und von ihrem Vater gemerkt, dass er sehr weichherzig ist und ein Mensch ist, der sehr oft weint bei der Rezitation des Korans. Und in der Krankheit des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, kurz vor seinem Versterben, haben wir einen schönen Hadith, der das aufzeigt. Und zwar Also der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, betete eines Tages das Maghrib-Gebet für die Menschen vor und hat sich ein Tuch um den Kopf gebunden und festgezogen. Warum? Er sagt, um seine Kopfschmerzen etwas zu lindern und um seine Fieber anzubekämpfen. Also er hatte sehr starke Kopfschmerzen und sehr hohes Fieber. Trotz alledem hat er vorgebetet, das Maghrib-Gebet. Er sagt, nach dem Gebet ist er unmächtig gefallen, durch diese starke Schwäche und starke Hitze, die er hatte, sallallahu alayhi wa sallam. Nach einer Zeit kam das Isha-Gebet. Und der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, wusste durch seinen schwachen Zustand, dass er das Isha-Gebet nicht vorbeten kann. Dann sagte er, Befiehlt oder sagt Abu Bakr, dass er für die Menschen, für die Muslime vorbeten soll, ich schaffe es nicht. Natürlich, Aisha, seine Ehefrau war bei ihm. Pass auf jetzt, was sie sagt. Sie sagte, Sie sagt, O Gesandter, wenn Abu Bakr deine Position annimmt, den Imam spielen, der Imam sein und vorbeten, sagt sie, Weil er so viel weint, hören die Menschen seine Rezitation nicht. Schau mal, wie die Tochter ihren Vater beschreibt. Sie sagt, Abu Bakr ist ein sehr sanftmütiger Mensch, hat ein sehr weiches Herz. Einer, der sehr viel weint, wenn er der Imam ist und für die Leute vorbetet, ist er nur noch am Weinen und die Leute hören kein Koran mehr. Und er schafft es auch nicht, zu Ende zu lesen. Was sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam? Sagt Abu Bakr, dass er vorbeten soll für die Muslime. Als würde er indirekt sagen, ja genau deswegen soll er vorbeten. Jemand mit so einem weichen Herz, er soll doch vorbeten. Einer, der das reinste Herz hat und bei den kleinsten Versen oder bei den ersten Versen schon weint und die Tränen fließen, das weiß doch auf seine Gottesfurchte. Natürlich soll er vorbeten. Überliefert in Bukhari. Fasalla bihim Abu Bakrin hatta lahiqa, sallallahu alaihi wa sallam, birrafiqil a'la. Also verrichtete Abu Bakr die nächsten Gebete, die kamen, bis der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, verstarb, sallallahu alaihi wa sallam. Ein weiterer Hadith, der darauf hinweist, dass Abu Bakr ständig weinte und immer weinte bei der Qur'an-Rezitation selbst oder wenn er ihn hörte, ist, als Suratu selsela herabkam. Surah 99, das Beben. Er sagte, Das war der Zustand Abu Bakrs mit dem Qur'an und wie der Qur'an sein Herz beeinflusste und ihn so stark erfüllt hat mit Licht, bis seine Tränen ständig am fließen waren. Radiyallahu anhu, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Hadha wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alameen.